Musik Was kriegst du? Bitte! Oh, hier eine Antenne. Was ist das denn? Was ist das denn? Eine Affe, da fliegende Affe. Boah, Stufe 10 ist möglich. Ach, geht nicht mehr, oder was? Ne? Na, egal. Ja, warte, beim Niko dauert es ein bisschen länger, der hat mehr Kohle wie wir. Ja, der Doof ist, ich kann nicht. Ich habe auch noch genügend, aber der will auch nicht mehr. Es geht nur 5, Niko. Ja, und? Ich will mehr! Ich habe nur 250. Scheiß Angeber. Ich bin Level 10! Ich bin Level 10! Hoa! Hoa! Hoah! Hoaa! Ich bin erst Level 8! Es geht Kontrolle über Dilehaft, bei den Lingo. Ich drehe nur sie drauf! Ich drehe nur sie drauf! Ich drehe nur sie drauf! Bei dem sollen wir schon weiter Katniss ist so viel einer von euch dreien irgendeiner also ich weiß nicht er doch eigentlich angezeigt wir haben es doch schon freigeschleitert aber meinst du das ist auch für alle ja ja und hinter ihm haben trotzdem noch gegriffen ok aber nach dem match müssen wir dann nochmal zur schmiede damit wir dann endlich mal ok also ich und nico können zumindest bessere waffen nehmen ja dann warten wir doch alle bis alle level 10 sind ok so gleichberechtigung ist grünen gib mir die map alter special mode ja komm ich hab doch ingang gehabt ja nein ja 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 Oh, Niko, also... Ja! Oh, jetzt geht das schon wieder los. Er hat doch mal ein voller Lieb, ey. Wirklich Ringo, halt rein geverwendet. Ja, Ringo ist halt ein Noob. Ja, ich hab immer mischt. Ringo's Dinger sind explosiv, das ist unfair. Komm herr, Niko! Ah, ich komm mal aus dem Essen, also. Bekämpft euch mal! Nein! Ah! Ich bin genau reingesprungen. Zwei gegen einen. Ich und Niko müssen zusammenhalten. Du bist ein Alien-Ringo, du wirst es nicht übernehmen. Ah! Ah! Ah, ich bin genau reingesprungen! Nein! Nein! Das war so mit der Arschkarte oder so. Dann wird er hoch zu rennen. Ja! Ja! Boah! Du alter Griller! Ah! 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 Nein! Ah! 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 Wer ist denn noch Level 10? Äh! Komm! Achso! Ich bin noch Level 10! Wir können ja dann endlich mal bessere Sachen holen. Boffe! Oh, der wird 20. Oh, der macht ja nur Ding schneller. Der Hammer, äh, hier, das Ding, ne, äh, hier. Siehste, sag ich doch, das ist nicht für alle, Nico. Das ist das Stärkere. Das ist also doch nicht für alle. Alter, ich seh gar nichts, was die Waffen machen. Ähm, warte, in einer. So, jetzt kannst du. Das ist nur mein Hammer. Was macht der mit dem Schwert überhaupt besser als mein Hammer? Das macht nur eine Agilität. Und was macht der eigentlich? Der Hammer macht zwei Stärken. Ja, den hier musst du nehmen, Nico, den hier. Plus fünf Stärken. Stärken plus fünf, aber du bist langsamer. Kann ich nicht nehmen. Furios. Ist ja auch für Level, äh, wie gesagt, ist es wahrscheinlich doch so, dass nur die, die das eingesammelt haben, das nehmen können. Ja. Dann bleib ich voll in der Hammer. Ja. Und was ist das? Ja. 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 Ja, hier kann man den kaufen. Oh, Nico, dir fehlen fünf. Haha. Tut mir jetzt aber gar nicht leid. Ich auch nicht. Die Angebote sind heiß, heiß, heiß. Ah, weiter hinten hier wird noch so viel zu kaufen. Ach hier, das ist ja die Sandwich, wir brauchen die ja, alle mal ein Sandwich kaufen, wieso hab ich keins, was soll jetzt, wieso muss ich jetzt was kaufen, ein Sandwich kaufen, weil wir dann diese eine, das andere da machen können, weil wir dann, das brauchen wir, definitiv, kostet aber Geld, das ist egal, Nico, ich beweise es dir, ich sag dir warum, warte, ja, 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 aber nicht benutzen, wir brauchen das gleich, so, da brauchen wir das nämlich, PS-PAC. Proße. Es bleibt dann kein Anyways auf den Riggern der Riggern. Ja Alter wir hatten da gerade so eine Segel gehabt Hier die Penner Also wie lange nehmen wir schon auf? Äh 50 Minuten Also wird schon wieder aufhören Alter was ist das denn für eine Was ist das denn für eine Spezialfähigkeit Alter Die können also auch zaubern Alter wer wirft denn die ganze Zeit diese Bomben Mäh Ich würde fast tun Was ist das denn? Fine Nein Nein Ringo ganz schlechter Platz Weißt du das? Jawoll Ringo es tut mir leid Ringo es tut uns leid Oh nein Oh nein Los mit euch Hahahaha Und du? Achso Wow Ruhe im Frieden Ringo Ruhe im Frieden Ringo Das war ja auch mehr als schlechter Platz Ey ganz ehrlich Du bist Waaah Cumbo Breaker Cumbo Breaker Cumbo Breaker Cumbo Breaker Cumbo Breaker Waaat die sind nicht tot Arsch 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 Der ist bestimmt schon tot Wie hoch ist denn der Turm? Wie lange können wir ihn das hinauszögern? Hehehe Du darfst weiter oder was? Klar Hehehehe Aaaaaah Hehehehe Mein Vater Ich brauche was zu messen. Ja. Erstmal wegwerfen. Was geht mit ihm ab? Ja. Boah. Alter, er tritt nicht mehr. Erstmal 1, 3, 2, 2 weg. Ich glaube, der braucht erstmal eine Schocktherapie. Oh ja. Scheiße. Kräftemessen. Na okay. Ich habe noch 2 Heiltränke gehabt. Okay, ich habe noch 2 Heiltränke. Ja. Hm. Hm. Noch mal? Hat jemand noch einen Toastbrot mit? Ja. Super. Mach dich mal groß. Achso. 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 Ne denn. Hätte ich vielleicht einen Heiltränke kaufen sollen? Na, scheiße. Brauchen wir nicht. Wir sind Kerle. Leider meinst. Ich kann nur einen Zauber. Schocktherapie für alle. Achso. 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 Schocktherapie für alle. Achso. 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 Diesmal überlebt Ringo einfach. Achso. Fuck. Wirklich Chefs Badenza. Wirklich Chefs Ringo. Sorry. Achso. 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 Was ist denn da? Wir haben uns erst gestellt. Oh Scheiße. Wir schießen da. Nichts. Der wird jetzt nicht tauchen. Mal gucken, wer jetzt sterben würde. Ich hab's geschafft, oder? Ja. Jetzt komm jetzt. Oh man, ich muss nicht mehr kriegen. Ich krieg ja die hier in Oriel. Ich war weg. Ich krieg mich. Komm nicht mal raus. Niko, ich fett. Niko, geh runter zur Kante. Da seh ich. Ey Niko, kannst du noch hin? Niko, bleib mal stehen. Nein. Lieber Mann. Du bist Gott. Niko, Niko ist ein Cheater. Ich schaffte die Badenzer, okay? Ja. Ja.